Wie ist das passiert? Ansgar hat mir in den Fuß gestochen. Sie dachte, er wäre tot. War er aber nicht. Den Notverband habt ihr gut hingekriegt. Habt ihr die Wunde gesäubert? So gut es ging. Ich will ehrlich sein. Sowas hat im Moment keine Priorität. Wenn wir hier fertig sind, säubert die Wunde nochmal und verbindet sie neu. Geht das nicht im Sanitätszelt? Tut mir leid. Das ist schon voll mit Leuten, die uns dringender brauchen. Ach ja? Wieso denn? Amputation. Willst du eine Amputation? Sehr lustig. Okay, danke Doc.